Das ist im Moment nicht schlimm, wenn es mal übertrieben ist. Zurückgehen kann man immer. Aber richtig locken und groß machen muss man erst mal erfahren. Beschneiden kann man immer noch, aber erst mal sich trauen und vielleicht auch über das Ziel hinausgehen. Wenn wir dann weitergehen, sofort penal weg. Wir haben jetzt super gehört, dass wir erst das B und dann das B, trotzdem aber das Crescendo nicht limitieren. Das Crescendo geht über diesen Wechsel weg. Ein bisschen muss das Handgelenk nachbauen. Minimal. Ja. Ja. Gut. Ja. Und hier, wenn wir das Ding hineingehen, auch im Hohenzimmer. Okay. Jetzt noch einmal von hier, ohne die Mittelstimmung. Ja. 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 Ja.